Soweit so gut, dringen wir hin. Hi, heute wollen wir gemeinsam die Paradiddle Challenge mal ausprobieren. Die Paradiddle Challenge geht wie folgt. Wir spielen gemeinsam den Paradiddle. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Soweit so gut, dringen wir hin. Wir zählen dabei laut bis 20 gemeinsam. Allerdings kommt jetzt die Challenge. Nämlich, bei jedem rechten Schlag zähle ich. Bei jedem linken Schlag zählst du. Geht dann wie folgt. 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 20. Geschafft? Wenn nicht, wiederhol das Video. Probiert es auch gerne zu Hause aus mit Mama, Papa oder anderen Geschwistern. Bis dann. Und wenn es euch zu einfach ist, dann steigert das Tempo. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020